Willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Zitierpfade. Bei der Suche nach Literatur zu einem Thema kann es sinnvoll sein, sich die Literaturverzeichnisse von guten Quellen anzusehen oder zu recherchieren, welche anderen Publikationen aus diesen guten Quellen zitiert haben. Das gilt auch, wenn man eine Empfehlung für einen bestimmten Artikel erhalten hat. So können Sie ein Themenfeld erkunden und haben die Chance, eventuell weitere wichtige Werke für Ihr Thema zu entdecken. Dieses Vorgehen wird oft als Schneeballsystem bezeichnet. Das Bibliotheksportal Primo bietet Funktionen, die die Suche nach diesen Zeitschriftenaufsätzen erleichtern. Dabei gilt es zu beachten, dass Zitierpfade zurzeit nur für Artikel generiert werden können und dass diese Funktion nur für Artikel zur Verfügung steht, die die technischen Voraussetzungen für eine programmgesteuerte Auswertung mitbringen. Das Suchergebnis sollte daher auf Zeitschriftenartikel eingeschränkt werden. In diesem Beispiel hat die Suche zum Thema Mitarbeitermotivation zu diesem interessanten Treffer geführt. Sieht man sich die Detailsanzeige dieses Treffers an, taucht links in der Navigationsleiste neben den üblichen Punkten, wie zum Beispiel Verfügbarkeit oder Exportieren, der Punkt Zitate auf. Von hier aus kann man nun eine Suche nach Titeln starten, die innerhalb des Aufsatzes zitiert wurden, oder aber sich die Titel anzeigen lassen, die auf dem gefundenen Artikel aufbauen. Im Beispiel soll die zitierte Literatur gefunden werden. Primo zeigt jetzt eine neue Ergebnisliste mit Titeln, die vom oben angegebenen Artikel zitiert wurden, an. Zu beachten ist dabei der Hinweis, der oberhalb des Ergebnisses angezeigt wird. Diese Liste muss nicht vollständig sein. Wer sicherstellen möchte, alle zitierten Titel gefunden zu haben, sollte auf das Quellenverzeichnis des Ausgangsartikels zurückgreifen. Auch in dieser Ergebnisliste gibt es die Möglichkeit, sich wiederum bei vielen der zitierten Artikel die darin zitierten Aufsätze oder die Dokumente, die darauf Bezug nehmen, anzeigen zu lassen. Dabei gilt ebenso, dass die Liste nicht vollständig sein muss. Oberhalb des Suchergebnisses ist stets der aktuelle Zitierpfad zu sehen, sodass Sie zwischen den Listen hin und her navigieren und leicht nachvollziehen können, welche Ausgangsreferenzen Sie für die Zitatanzeige ausgewählt hatten. Eine Besonderheit sind Referenzen, die aus dem renommierten Zitierindex Web of Science stammen. Primo zeigt zusätzlich zu den Primo-internen Zitationen an, wie häufig der Artikel im Web of Science zitiert wurde und verlinkt direkt in die Datenbank. Die Nutzung dieser Datenbank ist lizenzgebunden und in den FU-Bibliotheken möglich. FU-Angehörige haben außerdem Zugriff per VPN. Hier können Sie sich bei Times Cited anzeigen lassen, von wem dieser Aufsatz innerhalb des Web of Science zitiert wurde. Mithilfe des Zitierpfads lassen sich also leicht zitierte und zitierende Zeitschriftenaufsätze finden. Dabei müssen Sie darauf achten, dass die Listen, die Sie in Primo finden, nicht unbedingt vollständig sind. Die Anzeige ist auf Artikel beschränkt. Zitierte Bücher und Buchkapitel werden also nicht gefunden. Bei der Recherche sollten Sie außerdem auf das Erscheinungsjahr achten. Ein Aufsatz aus dem Jahr 2008 ist 10 Jahre alt und kann im Literaturverzeichnis logischerweise keine neuere Literatur enthalten. Ein absolutes Qualitätskriterium sind Zitiervernetzungen, egal ob in Primo, im Web of Science oder sogar in Google Scholar, natürlich nicht. Sie helfen aber dabei, Artikel aufzufinden, die andere Autoren für wichtig erachtet und Inhalte daraus zitiert haben. Bitte beachten Sie auch unsere Tutorials zu den Empfehlungsdiensten, zum Relevance-Ranking und zur thematischen Suche. Vielen Dank für Ihr Interesse!